Stoffel, der Ausbrecherkönig. Honigdachse sind in Afrika, Asien und im indischen Subkontinent weit verbreitet. Ihr Unterbauch und die untere Gesichtshälfte sind schwarz. Oben sind sie weiß, ein bisschen wie ein Skunk, mit dem sie verwandt sind. Ebenso wie Wiesel, Otter, Frettchen und andere Dachse. Was Honigdachse von ihnen unterscheidet, sind ihre dicke Haut, ihre Kraft, ihre Fähigkeit, sich zu verteidigen und ihre Intelligenz. Sie haben nur wenige natürliche Feinde und sind Meister im Entkommen. Ein Honigdachs kann sich aus jeder Situation befreien. Die südafrikanische Armee hat ein Fahrzeug, das nach dem Honigdachs benannt ist. Und in der Ausgabe des Guinness-Buchs der Rekorde aus dem Jahr 2002 wird er als das furchtloseste Tier der Welt aufgeführt. Eine Beschreibung, wie sie nicht passender für unseren Helden Stoffel sein könnte. Stoffel wurde von einem Farmer großgezogen. Aber nachdem er im Farmhaus Chaos angerichtet hatte, wurde er ins Moholo-Holo Wildlife Rehabilitation Center in Südafrika gebracht, unweit des Krüger Nationalparks. Am Anfang durfte er mit zwei anderen, erwachsenen, weiblichen Honigdachsen frei herumlaufen. Aber er benahm sich nicht, sondern richtete ein Gemetzel an, tötete Kaninchen, kleine Antilopen und sogar einen Savannenadler. Er war aggressiv gegenüber Menschen und jagte Mitarbeiter der Lodge aus der Küche, um sich selbst bedienen und nehmen zu können, was ihm schmeckte. Und als geübter Handtaschendieb riss er die Handtaschen in der Garderobe auf, um zu sehen, was drin war. Während die weiblichen Tiere, die sich besser benahmen, in die Wildnis zurückkehren durften, hielt man Stoffel für das Leben draußen schlecht gerüstet. Denn abgesehen davon, dass er von Menschen großgezogen worden war, hatte er einen mangelnden Geruchssinn und seine Fähigkeit, Futter zu finden, war begrenzt. Das Problem war, dass er sich auch an das Leben in Gefangenschaft nicht anpasste und ständig aus seinem Gehege ausbrach. Die Mitarbeiter des Zentrums versuchten alles Erdenkliche, um ihn drinnen zu halten. Niemand rechnete damit, dass Stoffel fähig sein würde, die Schlösser zu öffnen, die das Tor verriegelten. Aber er schaffte es dank einer Freundin, die als seine Komplizin agierte. Sie kletterte auf ihn, um den oberen Riegel zu öffnen, während er den unteren übernahm. Als nächstes sicherte man das verschlossene Tor mit Draht, aber Stoffel wickelte ihn mühelos auf und öffnete die Riegel. Wieder war er draußen. Um die anderen Tiere zu schützen, bekam er ein 2500 Quadratmeter großes Gehege mit Gras und Bäumen. Als er auch von dort ausbrach, um mit den Löwen nebenan zu kämpfen, 15 Mal so groß wie er, landete er für zwei Monate im Krankenhaus. Er hätte tot sein können, aber er schien nicht aus seinen Fehlern zu lernen, denn sobald er wieder draußen war, versuchte er von neuem zu den Löwen zu gelangen. Zweifellos, um es ihnen zu zeigen. Der örtliche Rotary Club finanzierte ein neues Gehege aus Ziegelstein. Man war überzeugt, dass die Mauern zu hoch und glatt für Stoffel waren, um hinaufzuklettern. Sie würden den Ausreißer doch sicher davon abhalten, sich davon zu machen. Keineswegs. Stoffel grub unter den Mauern. Als Maßnahmen ergriffen wurden, die das Graben unterbannten, kletterte er auf einen Baum, erreichte überdessen Äste die Mauer und spazierte hinaus. Als ein Wärter eine Hake in seinem Gehege ließ, zerrte Stoffel sie zur Mauer und kletterte daran hoch. Er versuchte, aus Steine zur Mauer zu rollen, sie mit seinen starken Hinterbeinen aufzutürmen und dann hinüber zu springen oder sich eine Fluchtroute in Form einer Schlammrampe zu bauen. Stoffel ist so erfinderisch, dass Brian Jones, der Gründer des Rehabilitation Center, gewaltigen Respekt vor ihm hatte. Gegenüber der BBC sagte er, seine Intelligenz übersteigt alles. Jedes Mal, wenn ich mir etwas ausdachte, war es wie ein Spiel für ihn herauszufinden, wie er es knacken könnte. Manche fragten sich, ob Brian ihn darauf trainiert hätte, zu fliehen. Worauf Brian mit Erstaunen und Unverständnis reagiert. Ihn trainiert? Überhaupt nicht. Ich habe nicht mal daran gedacht. Er hat uns jedes Mal ausgetrickst mit seinen Lösungen. Stoffels Ausbrüche, die Brian auf Video aufzeichnete, verbreiteten sich rasend schnell und sorgten bei YouTube für aufsehen. Wenn Sie mir nicht glauben, rufen Sie wie rund 30 Millionen Menschen vor Ihnen die Clips auf, um das Talent des Harry Houdini unter den Dachsen zu bestaunen. Der Honigdachs mit dem schlechten Benehmen ist jetzt Botschafter für seine Art und zieht Besucher von nah und fern an. Das Geld aus den Ticketverkäufen fließt zurück in die wichtige Arbeit des Zentrums. Und der dortige Kiosk ist ihm zu Ehren umbenannt. Stoffel hat seinen Hütern zweifellos Kopfschmerzen bereitet. Aber am Ende hat er auch dazu beigetragen, viel Geld für die Rettung und Wiedereingliederung von Wildtieren einzutreiben.